Für englische Subtitles push the Subtitles button Die Königspython, oder ist das sowieso mein Steckenpferd? Und dieser Super Krabbel Super Pastell Also finde ich nach wie vor einer der tollsten Kombos Ist gar nicht so neu, ich glaube wir haben wahrscheinlich vor zwei Jahren schon den ersten davon gezüchtet Haben jedes Jahr so zwei, drei Stück davon Gerade der Pastell Super Krabbel sieht schon wirklich schön aus Aber als Super Pastell Super Krabbel, bzw. andersrum ist richtig Super Krabbel Super Pastell, da haben wir es schön alphabetisch, da tun wir die Namen immer ein wenig halten Finde ich es echt ein Knaller, das weiß, dann die schwarz umrandeten gelben Flecken Also ich finde das könnte man sich besser nicht ausdenken, wenn man Artist, Künstler oder irgendetwas wäre Also ich finde es wunderschön und deswegen das Intro-Tierchen für euch heute Unser Thema heute sind die grünen Baumpythons, die umgangssprachlich Kontros Vorne weg, jeder der das Tier hier sieht, wird sagen, achja das ist ein Morelia viridis Der Gag ist, seit 2020 heißen die nicht mehr Morelia oder beziehungsweise doch, sie heißen zum Teil Es gibt also die sind neu bestimmt worden, es gibt einen nördlichen und einen südlichen Baumpython Der nördliche, in dem Fall dieser hier, ist Morelia azurea Und der südliche, der bleibt bei Morelia viridis So unterscheiden sich jetzt zwei Arten von grünen Baumpythons Zur Kontrohaltung haben wir ja die Folge 5051 mit dem Stefan King gemacht Können wir euch in der Infobox verlinken Da gehen wir auf die Haltung ein Das machen wir dann heute nicht als Thema Oder beziehungsweise ich möchte es einmal ganz grob anreißen Wir machen tagsüber braucht der Kontro so um die 30 Grad Nachts gehen wir runter auf zwischen 22 und 25 Grad Was gut und wichtig ist bei den Baumpythons Dass wir verschiedene Temperaturen schaffen über die Höhe vom Terrarium Also rein physikalisch, die warme Luft steigt auf Das heißt, dass ich meinetwegen oben im Terrarium dann ungefähr 32 Grad habe Ganz unten im Terrarium habe ich 28 Grad Und zwischendrin habe ich so die verschiedenen Abstufungen Das ist so als Tagtemperatur Nachts fahre ich das Ganze runter Wie gesagt, dann habe ich oben vielleicht 25, unten 22 Und dann fühlen die Tiere sich wohl Das aber nur als kurzer Abriss zur Haltung Spannender ist wirklich die neue Unterscheidung der Arten Interessanterweise gab es schon vor über 20 Jahren den Ulrich Seeling Also nicht den gab es vor über 20 Jahren Den Ulrich Seeling, den gibt es hoffe ich heute noch Ich habe schon lange nicht mehr von dem gehört Aber vor drei, vier, fünf Jahren glaube ich habe ich ihn auf einer Messe getroffen Aber sonst die letzten Jahre nicht mehr so viel von ihm gehört Der Ulrich Seeling war früher ein großer Baumpython-Züchter Der da wirklich viel gemacht hat Und der hat damals schon erkannt, dass es die Kurzschwanz- und Langschwanz-Baumpythons gibt Der hat das immer schon unterschieden Kurzschwanz, Langschwanz oder Dickschwanz und Langschwanz genannt Ich weiß nicht, aber so die Unterscheidung Und das ist tatsächlich eines der Unterscheidungsmerkmale, die man jetzt auch hat Der Baumpython hat ja ein riesiges Verbreitungsgebiet Also das Verbreitungsgebiet an sich ist Papua-Neuguinea Eine der größten Inseln der Welt Und er kommt sogar noch von nördlicher Spitze von Australien Kommt er sogar noch vor Wenn man allein die Ost-West-Ausbreitung Da sind das schon fast 3000 Kilometer Was der für ein Verbreitungsgebiet hat Das ist wirklich erstaunlich Und jetzt unterscheidet man die Tiere wie gesagt Im Morelia Azurea Den was ich gerade gezeigt habe Den würde man zu Azurea zählen Die nördliche Variante Da sind die häufigsten Verbreitungsgebiete Sorong, Biak und Chayapura Oder Vogelkopf vielleicht noch Das sind so die Gebiete, wo man unter Insidern wen kennt Die Tiere von dort Markant für diese Tiere ist vielleicht als oft diese blaue Rückenzeichnung Dadurch merke ich, oder vielleicht kommt auch der Name Azurea daher Ich weiß, Azurea heißt ja blau eigentlich Wobei sie sind grün, aber Azurea ist blau Ich merke mir das einfach am blauen Rückenband Also gerade Sorong-Tiere haben ja ganz markant dieses blaue Rückenband Das ist eine Eigenart der nördlichen Variante Und eben dieser dickere, kürzere Schwanz Das kann man so als Unterscheidungsmerkmale nehmen Die südlichen Chondropydons Bleiben namentlich nach wie vor Morelia Viridis Die südlichen Oder die typischen Verbreitungsgebiete sind Aru, Merauke Das sind so Tiere, die man in der Terraristik schon lange hat Oder die australischen Tiere gehören auch zu den Morelia Viridis Zu den südlichen Wobei man die in der Terraristik, also mir hier in Nicht-Australien Da wird niemand über australische Tiere verfügen Man bezeichnet die südlichen als Kurzschwanz oder Dickschwanz Ich glaube ich habe es vorher falsch gesagt Bei den nördlichen habe ich auch schon Kurzschwanz gesagt oder Dickschwanz Ich korrigiere mich Die nördlichen sind die mit dem dünnen, langen Schwanz Und die südlichen, die Viridis, haben den etwas kürzeren und dickeren Schwanz Also der Schwanz läuft nicht spitz auf, sondern hört relativ kurz und dick auf Und was wir auch noch als gutes Unterscheidungsmerkmal haben Da können wir noch ein paar Fotos einbauen Die südlichen, die Morelia Viridis Da können die Babys gelb oder rot sein Also gibt es auch rote Babys Und die nördlichen, die Morelia Azurea Sind die Babys immer durchweg gelb Das ist auch ein Unterscheidungsmerkmal Wie man die zwei Arten voneinander unterscheiden kann Jetzt habe ich euch genug genervt mit nördlich, südlich Und das ist da, das ist da Also ich denke euch kreist der Kopf so wie mir Deswegen noch ein bisschen mehr über die Terroristik Baumpyther und Zucht allgemein ist nach wie vor nicht einfach Das Interessante ist Man kann einen Königspyther oder eine Boa Die kann man jedes Jahr züchten oder von mir aus alle zwei Jahre Aber die kann man wirklich regelmäßig züchten Baumpyther, da klappt es mal mit der Zucht Die Paaren, die Paaren tun sie übrigens relativ einfach Das ist gar nicht so das Problem, man tut ein Pärchen zusammen Die Paaren dann relativ schnell Aber dass man dann wirklich Eier bekommt Und dass aus den Eiern kleine Baumpyther schlüpfen Das ist wirklich schwierig Es gibt einige Baumpyther und Züchter Oder Stefan King, wo wir ja gedreht haben Oder hat erfolgreich viele Baumpyther gezüchtet Aber es ist wirklich schwierig Von einem Weibchen, einem Pärchen oder auch von einer Gruppe Dass man sagt, ich habe jedes Jahr so und so viele Baumpyther und Babys Das sieht man gerade jetzt die letzten Jahre Das Angebot wird immer weniger, die Nachfrage wird immer mehr Die Preise gehen immer höher von den Baumpyther Und meiner Meinung nach hat das mit der schwierigen Zucht zu tun Das geht einfach nicht so idiotensicher wie jetzt zum Beispiel Königspyther Hat man dann Jungtiere oder habt ihr Glück bekommt irgendwo ein schönes, gesundes, fressendes Jungtier her Wichtig, wenn ihr euch einen Baumpyther anschafft Gerade als Einsteiger wichtig, dass ihr ein fressendes Tier bekommt Das bei dem Züchter oder beim Vorbesitzer schon 4, 5, 6 Mal gefressen hat Dann ist das safe, dann könnt ihr das zu euch nach Hause in die Terraristik tun Klimatisch wollen es die Tiere ganz feucht, sehr hohe Luftfeuchtigkeit Man kann das bei Jungtieren, früher sind wir hingegangen und haben Wasser unten rein gemacht Ins Terrarium, so 2-3 cm voll mit Wasser Und haben die einfach über dem Wasserbad gehalten Jetzt die letzten Jahre machen wir einfach Moos rein Das Moos hat noch eine größere Oberfläche Also es kann fast noch mehr Wasser verdunsten Wie wenn man einfach nur Wasser rein macht Und sieht auch schöner aus und ist vielleicht auch hygienischer Wenn ich als das Moos regelmäßig auswechsel Dann ist ein ganz wichtiger Punkt der Baumpyther, ihr habt es vorher gesehen Der will ja immer auf dem Stänkchen quer liegen Also nicht irgendwelche Stöcke hochkant rein machen Da weiß er nicht wo er hinlegen soll Ihr müsst gucken, dass die ganze Terrarieneinrichtung alles sich horizontal abspielt Und das auf verschiedenen Höhen Mittlerweile gibt es da so tolle biegsame Sachen Hier diese Jungle Wines zum Beispiel Oder wie heißen denn die hier, ich weiß gar nicht wie sie heißen Ah die heißen interessanterweise auch Jungle Wines hier Das sind ebenfalls so biegsame Äste Die kann ich in verschiedenen Höhen im Terrarium anbringen Die Dicke muss stimmen Also sowas hier finde ich eine gute Stärke für Babys Das hier ist für ein Baby schon fast etwas stark von der Dicke Das ist vielleicht so für einjährige Tiere Und habe ich adulte Tiere, dann ist das natürlich alles zu dünn Dann brauche ich das Ganze stärker, vielleicht so 2-3 cm Durchmesser Oder wie ihr vorher den Korkascht gesehen habt Wie gesagt, dass die sich schön in der Horizontalen hinlegen können Dann ist ein tolles Terrarientier Sind auch relativ umgänglich Ist jetzt kein Tier, das ich so großartig anfassen kann Deswegen habe ich auch das Tier vorher auf dem Ascht gezeigt Ein Baumpütern mag es nicht in der Hand gehalten zu werden Da kann der sich nicht richtig festhalten Der hat ja seine typische Form, wie er sich so drüber hängt Deswegen in der Hand fühlt er sich einfach nicht wohl Aber wie gesagt, ein tolles Terrarientier Wenn die Luftfeuchtigkeit stimmt, wenn die Äste stimmen Wenn ihr gesunde Tiere habt, lässt er sich wirklich toll halten in der Terraristik Macht wirklich Spaß Ob ihr euch jetzt einen Morelia Azurea oder einen Morelia Viridis anschafft Vom Halten her Von der Größe, die Größe hatte ich noch nicht erwähnt Endgröße vielleicht so 1,50 bis 1,70 m würde ich sagen Ist immer schwer zu messen Das Tier, das ich vorher in der Hand hatte Der hat bestimmt auch 1,40 bis 1,50 m gehabt Also das hört sich riesengroß an Ist aber letztendlich auch nur so ein Päckchen an Python Tolles Terrarientier Ich finde diese neue Unterscheidung zwischen den zwei Arten Wirklich spannend und interessant Deswegen habe ich euch das vorgestellt Und ja, tolles Terrarientier Abgesehen von unseren Contro Reptil TV Folgen Die wirklich toll und sehenswert sind Schaut rein oder schaut nochmal rein, wenn ihr sie schon lange nicht mehr gesehen habt Ich habe es jetzt im Vorfeld von der Folge mir auch mal wieder angeschaut Die machen wirklich Spaß Aber auch der Verweis auf wirklich sehr gute Literatur Es gibt zwei tolle Bücher über den Baumpython Ich würde mal sagen hier, das ist ein wenig der Klassiker Von Hoffmann und Motz, grüner Baumpython Und von dem Markus Weiher Das ist jetzt eine überarbeitete Neuauflage Die gibt es jetzt relativ neu Erst seit einem halben Jahr würde ich mal sagen Bei dem Weiher sind diese Arten und auch die Unterarten Also den Azurea, den ich angesprochen habe Also der nördliche Da gibt es sogar drei Unterarten davon Das habe ich jetzt bewusst nicht angesprochen Weil das einfach klingelt einem ganz der Kopf Aber das findet ihr hier in diesem Buch ganz interessant Wirklich so die neuste Nomenklatur findet ihr hier drin Wirklich spannend Gebt uns unser Feedback Postet gerne mal unten bei den Kommentaren Habt ihr Kondros? Wie heißen bei euch die Tiere? Habt ihr Azurea? Habt ihr Viridis? Oder wisst ihr es nicht? Habt ihr einfach nur ein Kondro? Gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat Und natürlich unseren Channel abonnieren Und bleibt mir treu und checkt die Baumpython Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen